Andreas Schallbetter Mein Name ist Andreas Schallbetter. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied des Jesuitenordens. Ich arbeite derzeit als Studentenseelsorger in Luzern und bin seitens des Ordens der offiziellen Ansprechpartner. Ich stamme aus dem Wallis mit den wunderbaren Bergen. In den Bergen ist man oft unterwegs, man sucht den Weg. Das war für mich auch ein sehr wichtiges Motiv auf dem Weg hin zum Jesuitenorden, weil ich mir Schritt für Schritt überlegt habe, wo geht es weiter. Dabei haben mir die Exerzitien sehr geholfen, dieser Weg nach innen, in der Stille, auf die eigene Sehnsucht, auf die Gefühle zu rühren und so allmählich auch den Willen Gottes immer besser zu erkennen. Ich finde es einfach schön, als Gefährte Jesu unterwegs zu sein und im Jesuitenorden, wo wir Gemeinschaft erleben, aber dann auch immer wieder die eigene Aufgabe in Angriff nehmen. Ja, falls Sie am Jesuitenorden interessiert sind, können Sie sich gerne an mich wenden und es würde mich freuen, Sie kennen zu werden. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020